Wenn wir Texte in Worte zerlegen, dann erhalten wir erst einmal einen Wortsalat. Diesen Wortsalat müssen wir organisieren, bevor wir die Texte analysieren können. Im letzten Video haben wir Stopp-Worte kennengelernt. Diese Worte treten sehr häufig in Texten auf. Und weil sie so häufig vorkommen, sind sie zur Bestimmung der Textbedeutung keine große Hilfe. Wir entfernen also Stopp-Worte, bevor wir unsere Analyse beginnen. Trotzdem sehen wir in vielen Texten, dass Worte mit der gleichen Bedeutung in unterschiedlichen Schreibweisen auftreten. Beachten Sie, dass ich mit gleicher Bedeutung das gleiche Wort in unterschiedlichen Schreibweisen meine. Das können Nomen im Singular oder Plural sein und bei Verben ist es die Beugung oder die Zeitform. Durch solche Wortformen können wir wichtige Informationen bei unserer Analyse leicht übersehen, wenn wir jede Schreibweise für sich alleine zählen. Deshalb wollen wir diese redundante Information ebenfalls bereinigen. Unser Ziel ist es, die Begriffe nach ihrer Bedeutung zusammenzufassen. Nur wie gehen wir dabei vor? Es gibt zwei Techniken, wie man gleiche Worte vereinheitlichen kann. Das ist das Stemmen und das Lämatisieren. Für uns ist es wichtig, dass Stemmen und Lämatisieren sich nicht gegenseitig ausschließen oder das eine besser als das andere ist. Um Texte richtig zu vereinheitlichen, setzen wir am besten beide Techniken zusammen ein. Zum Glück müssen wir uns darüber in der Praxis nicht zu viele Gedanken machen, denn die Hunspell-Bibliothek übernimmt die meiste Arbeit für uns. Hunspell ist ein Open-Source-Projekt, das die automatische Korrektur und Analyse von Texten erleichtert. Die Bibliothek erlaubt es uns, Wörterbücher für verschiedene Sprachen und Sprachvarianten für die Textanalyse zu verwenden. Für uns ist die wichtigste Funktion der Hunspell-Bibliothek die Hunspell-Stem-Funktion. Diese Funktion übernimmt das Stemmen und das Lämatisieren für uns. Hunspell-Stem können wir auf eine beliebige Wortliste anwenden, zum Beispiel auf eine, die wir mit der Unnest-Tokens-Funktion gewonnen haben. Dazu erweitern wir unsere Stichprobe mit der Mutate-Funktion und fügen den neuen Vektor-Wortstamm hinzu. Der Wortstamm ergibt sich aus dem gegebenen Wort im Word-Vektor unserer Stichprobe. Damit Hunspell weiß, welches Wörterbuch verwendet werden soll, geben wir noch die Sprache und den Dialekt mit. Über das Wörterbuch kennt Hunspell die Regeln für das Stemmen und Lämatisieren. Weil diese Regeln für jede Sprache anders sind, müssen wir das Wörterbuch explizit übergeben. Das erreichen wir mit der Dictionary-Funktion, die eine Sprachkennung oder einen Dateinamen als Parameter erwartet. In diesem Beispiel verwende ich das Wörterbuch für Schweizerdeutsch, das ich mit der Kennung de-ch anfordere. Wenn wir diesen Teil nun ausführen, erhalten wir eine Stichprobe mit dem neuen Vektor-Wortstamm. Das Ergebnis im Vektor-Wortstamm ist ein Listenvektor. Wir sehen, dass dieser Vektor für manche Worte eine leere Liste, für andere eine Liste mit einem Wort und für wieder andere eine Liste mit mehreren Wörtern enthält. Letztere zeigt uns an, dass Hunspell mehrere Wortstämme für eine Schreibweise identifiziert hat. Für die Rechtschreibkontrolle ist das natürlich schön und gut. Aber Listen mit mehreren Wörtern verfälschen unsere Analyse, wenn wir die Anlässt-Funktion von Dplyr direkt verwenden würden. Deshalb wollen wir aus diesen Listen einen Wert auswählen und mit diesem Wert weiterarbeiten. Weil alle Werte in diesen Listen gleichwertig sind, müssen wir uns für einen geschickten Wert entscheiden. Und das wollen wir natürlich nicht für jedes Wort einzeln machen, sondern automatisieren. Zwei Positionen sind für die automatische Auswahl besonders prädestiniert. Die erste und die letzte Position. Die beiden Positionen sind nämlich in allen Listen immer vorhanden. In leeren Listen ist die erste und die letzte Position immer der Wert undefiniert. In Listen mit nur einem Element ist die erste und die letzte Position identisch. Für alle anderen Listenlängen wählen wir willkürlich das jeweilige Element und hoffen, dass es für einen Text das richtige Ergebnis liefert. In der Praxis probiere ich übrigens beide Positionen aus und wähle die Position, die für eine Stichprobe das bessere Ergebnis liefert. Das ist natürlich nicht ganz einfach, denn wir haben die Texte ja nicht gelesen. Wir lassen nun die zweite Mutate-Funktion laufen und überschreiben den Wortstamm. Für die Auswahl wenden wir die NTH-Funktion an. Die NTH-Funktion der DeepLayer-Bibliothek wählt aus einer Liste den Wert an der enden Position aus. Ist die Position positiv, dann wird vom Anfang der Liste gezählt. Ist sie negativ, dann zählen wir vom Ende der Liste. Für die erste Position ist deshalb der Wert gleich 1 und für die letzte Position ist er gleich minus 1. Diesen Aufruf müssen wir zusätzlich in einem L-Apply-Funktionsaufruf kapseln, denn sonst würden wir die Liste nur für den ersten bzw. letzten Eintrag im Wortstammvektor und nicht für den Wert an der Position in der jeweiligen Liste auswählen. In diesem Beispiel wähle ich die Liste. Das ist die letzte Position, was dem Wert minus 1 entspricht. Damit erhalten wir für jedes Wort in unserem Text eine Liste mit keinem oder genau einem Element. Diese neuen Listen dürfen wir mit der Anlässt-Funktion auflösen, weil wir jetzt keine Duplikatwerte mehr erzeugen können. Jetzt erhalten wir im Wortstammvektor entweder den Wortstamm oder Na, falls Hunsbell keinen Wortstamm für uns finden konnte. Das ist für unsere Analyse natürlich nicht wirklich praktisch. Stattdessen nehmen wir an, dass ein Wort bereits mit dem richtigen Wortstamm vorliegt, wenn im Wortstammvektor Na steht. Wenn wir also auf einen Na-Wert im Wortstammvektor treffen, dann wollen wir das ursprüngliche Wort aus dem Word-Vektor übernehmen. Dazu fügen wir einen letzten Mutate-Aufruf an. Wieder überschreiben wir den Wortstammvektor. Dieses Mal rufen wir die If-Else-Funktion auf. Dabei beachten wir, dass If-Else den Wert des zweiten Parameters zurückgibt, wenn der logische Ausdruck im ersten Parameter true ergibt. Im anderen Fall gibt diese Funktion den dritten Parameter zurück. Unser logischer Ausdruck ist die Funktion ist.na von Wortstamm. Ist dieser Ausdruck wahr, dann nehmen wir das ursprüngliche Wort aus dem Word-Vektor. In allen anderen Fällen behalten wir den Wortstamm, den Hunsbell gefunden hat. Dieses Rezept führt das Stemmen und Lämatisieren für uns aus. Kommen wir nun zu unseren beiden Verfahren zurück und fragen uns, wie sie funktionieren. Stemmen steht für das Entfernen von typischen Wortanfängen und Endungen, um auf einen zentralen Wortstamm zu kommen. Diese Methode geht von einem festen Wortstamm aus, der durch Zusätze erweitert wird. Beim Stemmen werden so lange Anfänge und Endungen vom Wort entfernt, bis ein bekannter Wortstamm erkannt wird. In manchen Sprachen werden Endungen beim Stemmen gegen eine bekannte Grundform ausgetauscht. Das gilt auch für die deutsche Sprache. Veranschaulichen wir uns das am Verb kaufen. Die Konjunktionen dieses Verbs im Präsent sind Ich kaufe, du kaufst, er, sie, er es kauft, wir, ihr, sie kaufen. Die bekannten Endungen für dieses Verb sind also e, st und t im Singular und im Plural wird der Infinitiv verwendet. Wenn wir die Anfänge und Endungen einfach nur trennen würden, dann würden wir nur auf den Wortstamm KAUF kommen. Wir würden aber nie die Grundform des Verbs KAUFEN erhalten. Deshalb werden die bekannten Endungen durch en ersetzt. Daraus ergibt sich zum Beispiel die folgende Ersetzung. Aus Ich kaufe wird das e durch en ersetzt und wir erhalten Ich kaufe en. Das klingt etwas merkwürdig. Für unsere Analyse ist das aber egal, denn wir arbeiten ja auf der Wortebene und sehen daher nur das Wort KAUFEN. Daraus folgt, dass wir vier, fünf oder mehr Schreibweisen des gleichen Wortes auf eine Schreibweise reduzieren und damit alle Varianten dieses Wortes gemeinsam zählen. Im Perfekt oder im Passiv wird aus KAUFEN gekauft. In diesem Beispiel treffen wir auf dem verbreiteten deutschen Wortanfang GE. Die Regeln für das Stemmen sind übrigens Teil des Wörterbuchs. Wenn im Wörterbuch die entsprechenden Regeln fehlen, dann funktioniert das Stemmen natürlich nicht richtig. Das Stemmen funktioniert übrigens für viele Fälle recht gut. Für manche Worte gibt es jedoch keine Stemmregeln. Das gilt vor allem für die sogenannten unregelmäßigen Verben, aber auch für viele deutsche Pluralformen. In diesen Fällen kann der Wortstamm von der Schreibweise eines Worts erheblich abweichen. Hier kommt das Lämmatisieren ins Spiel. Beim Lämmatisieren werden die verschiedenen Schreibweisen eines Worts der jeweiligen Grundform im Wörterbuch direkt zugewiesen. Diese Grundform nennen wir Lämmer. Das veranschaulichen wir uns am Beispiel des Verbs SEIN. Die Formen dieses Verbs sind Ich bin, Du bist, Er, Sie, Es, Ist, Wir sind, Ihr seid und Sie sind. Wir haben auch eine GE-Form. Sie lautet Gewesen. Bei diesem Verb gibt es keinen gemeinsamen Wortstamm, der in allen Varianten des Verbs vorkommt. Genau genommen kommt der Wortstamm SEIN in gar keiner Schreibweise vor. Deshalb ist es auch nicht möglich, dieses Verb mit Regeln zu stemmen. Stattdessen muss der Wortstamm beim Lämmatisieren direkt vom Wörterbuch vorgegeben werden. Dadurch lässt sich der gemeinsame Wortstamm auch bei unregelmäßigen Schreibweisen richtig zuweisen. Der entscheidende Unterschied zwischen Stemmen und Lämmatisieren sind die Regeln, nachdem beim Stemmen der Wortstamm extrahiert wird. Diese Regeln fehlen beim Lämmatisieren, sodass der Wortstamm immer explizit im Wörterbuch stehen muss. Das ist leider nicht für alle Sprachen der Fall. Dann verwendet Hunsbell STEM selbstverständlich nur die vorhandenen Regeln zum Stemmen an. Das gilt leider auch für die deutschen Hunsbell-Wörterbücher. Ich habe deshalb die deutschen Wörterbücher so erweitert, dass sie auch einige Wortstämme für das Lämmatisieren enthalten. Daher tausche ich das offizielle Wörterbuch durch meine angepasste Variante aus. Das erreiche ich, indem ich der Funktion DICTIONARY nicht eine Sprachkennung, sondern einen Dateinamen als Parameter übergebe. Wenn ich die Wortliste nun mit Hunsbell STEM und diesem Wörterbuch bearbeiten lasse, dann erhalte ich die richtigen Wortstämme. Fassen wir zusammen. Mit dem Stemmen und Lämmatisieren vereinheitlichen wir die Schreibweise von bedeutungsgleichen Worten auf einen gemeinsamen Wortstamm. Beim Stemmen werden Regeln verwendet, um diesen Wortstamm zu finden. Beim Lämmatisieren wird der Wortstamm direkt zugeordnet. Dazu brauchen wir ein geeignetes Wörterbuch für die jeweilige Sprache, das diese Regeln und Lämmata enthält. Mit Hunsbell haben wir eine leistungsstarke Bibliothek und umfangreiche Wörterbücher für diese Aufgabe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017